Wir sind jetzt auf der Füße zum Bohnen zu Etzberg. Mein Name ist Helene Wieser und wir haben dieses Aquapol-Gerät seit zehn Jahren und sind äußerst zufrieden damit. Erfahren habe ich von dem Gerät vor mehr als zehn Jahren. Ich habe es einmal im Fernsehen gesehen und habe mir gedacht, eigentlich ein ganz guter Apparat. Und wir haben einen Termin ausgemacht, er ist aufgekommen, wir haben Stunden am Gerät und er hat mich eigentlich überzeugt. Das ist der große Apparat geworden, der größte, den es gegeben hat. Wir haben ja einen Turm, wir haben dicke Mauern und alles Mögliche. Und das war derjenige, der am besten zu uns passt hat, sagen wir mal so. Die Modegerüche von der 400 Jahre alten Turm, die sind weggeglichen. Wir haben hinten an der Füße das Rieselwasser gehabt, wenn es geregnet hat. Es ist nicht mehr gekommen und es ist auch am Boden nicht mehr feucht. Ich meine, wir haben einen gestampften Naturboden, das schaut auch dementsprechend aus. Aber es ist ein Erdboden und der hat auch grauslich gekrochen. Das ist auch nicht mehr der Füße, nur noch Holz und noch Späne, Metallspäne, aber eben nicht mehr dieser grausliche Mode gekrochen. Jederzeit kann jeder kommen, ist schon passiert, dass wir angerätzt haben. Wie gesagt, es ist und bleibt irgendwie ein Glanzwunder. Wie gesagt, es ist und bleibt irgendwie ein Glanzwunder.